Als erstes denke ich mal, dass der Zusammenhalt in der Truppe riesig ist. Da arbeitet jeder für jeden. Für mich persönlich, zehn Spiele ist eine schöne Sache, aber wir wollen mehr. Wir wollen weiterarbeiten. Und da zählt auch erst mal nur das nächste Spiel jetzt, dass sie erfolgreich gestalten wollen. Ich persönlich möchte meinen Teil dazu beitragen, ob es jetzt noch ein Tor ist oder auch nicht. Wichtig ist, dass wir hinten die Null halten. Das andere wird sich dann zeigen. Ich denke, das zweite Tor, wenn Sie jetzt sagen, Tor des Monats, das war natürlich, so ein Tor schießt man nicht alle Tage. Ein schöner Nebeneffekt. Aber meine Hauptaufgabe ist und bleibt die Defensive. Da kommt mir doch zugute, dass ich damals Stürmer war. Dass ich ungefähr weiß, wie die Stürmer sich verhalten. Das ist schon ganz gut für mich. Wichtig sind für uns die drei Punkte. Wir wissen, dass Wiesbaden eine starke Mannschaft hat. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns nicht schwächer reden oder kleiner reden als wir sind. Wir stehen da, denke ich mal, nicht zu Unrecht. Und ja, von daher denke ich schon, dass das ein schönes Spiel wird. Und jetzt kommt der Film zum Treffen. Vielen Dank.